Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und was haben wir hier? Wir haben heute Ostern und deswegen sind meine beiden Kaninchen heute mit dabei. Wir haben einmal die Flocki, die sagt euch Hallo. Und dann haben wir die Cassie, die hat auch gleich was zu essen gefunden. Die sagt auch Hallo. Ja, ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag, habt Oster allgesucht. Und ja, frohe Ostern. Ciao! bis zum nächsten Mal.